Der Fanny ist da Oberam und ich bin zurück in Starfield und ich zocke mal wieder hier ein bisschen durch die Gegend und habe hier eine kleine Mission aufgetaut mit einer Nebenaktivität, die sich wahrscheinlich wieder als sonstiges entpuppt. Ich solle mit einem Wissenschaftler reden, der bei einem Baum steht und ich bin so frei gewesen, ich bin schon direkt bis zum Ziel rangepischt, da brauche ich dann nicht mal meinen Geheimtrick zum Finden der Person anwenden und bin jetzt gleich da. Los geht's. Ich habe das gerade gesehen, ich habe einen Auftrag mit Sars und Jumi gehabt, ich habe gerade nebenbei eine neue Mission bekommen. I love it. Also man geht durch die Gegend, Leute kommen auf einen zu und es ist so lebendig. Aber das ist halt bei den anderen Spielen halt auch ähnlich gewesen. Das ist cool. Mal gucken, wie es weitergeht. So, stimmt irgendetwas nicht? Du klingst besorgt oder du starrst in den Baum an? Naja, das ist für eine blöde Frage. Also ich bleib bei der ersten. Stimmt was nicht? Du klingst besorgt. Nein, ich bin ehrlich, ich bin missionssüchtig. Ich helfe gern. Ich will jetzt nicht sagen, aber es ist so eine klassische Mission. Die habe ich sogar in Red Dead Redemption gehabt, wo ich dann für einen verrückten Wissenschaftler, der mich mit Stromschlägen versehen wollte, so glaube ich es gar nicht erzählen. Und Frankenstein gab es da auch, aber da musste ich auch was ganz Willes machen. Und mir fallen noch andere Spiele ein, die so etwas ähnliches gemacht haben. So, jetzt habe ich hier mehrere Punkte. Jetzt gucken wir mal, hilft mir die... Ach ja, es funktioniert. Ey, hätte ich das vorher gewusst, ne? Ich erzähle jetzt immer wieder, ich habe mich so verlaufen in diesem Spiel, ey. What the fuck? United Colonies City, but Constellation is an entirely neutral entity and always has been. Ach, gucken wir mal. Erster Sensor, ein Baum. Oh, das sieht so nice aus. Badum, badaboom, ey. Ah, okay. Und tschüss. Und wo ist der nächste? 300, 300, 11? Nein, 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 nein. Boah, das ist, das ist nah dran. Das könnte ich hinkriegen. Und den nächsten. Ja, das ist so nice. Also, Booster kann ich nur empfehlen. Den kann man auch noch aufboostern. Ich will das Wortspielen. Äh, warte mal, warte mal. Der fällt mir gerade ein. Ich habe hier... Wo bist du? Wo bist du? Ja, aber es sollte hier nicht drinnen Amok laufen. So, dann... Wir kommen da auf die Idee, das Ding da so hochzupacken. Sind die die Sensoren? Ja, ich bin gefunden. Äh, ich habe gehört von dir. Einer ist im Geschäftsdistrikt. Einer ist im Geschäftsicht. Okay, ich bin ehrlich, klar, wenn ich welche finde, Eier, kann ich Bescheid geben. Okay, dann machen wir mal weiter. Juhu! Ich bin Angst, wegen der Legislative Aktion, ich nicht mehr kann, aber ich kann, wie gesagt, mit General Goods. Willkommen bei UC Distribution. Jetzt, bevor Sie ein Wort sagen, ich muss mich informieren, dass die Formal-Kompläinten nicht werden können, bis der Künstler-Feedback-System zurückkommt. Ich habe gesagt, dass es in zwei Wochen weitergeht, aber Sie wissen, wie diese Dinge sind. Äh, du hast neulich ein junges Ei abgekauft, das brauche ich. Das ist ein wichtiges wissenschaftliches Gerät, sehr wichtig sogar, ja, ich meine, ich bin ehrlich. Ach klar, 100 Credits, wieso nicht? So, was machst du hier? Oh, die UC, was verkaufen die denn eigentlich? Entschuldigung. Das ist jetzt nicht zur Mission, aber ich würde mich trotzdem interessieren, was ihm angeboten hat. So, was haben wir denn da? Waffen und Munition, das ist doch super. Ah, das heißt, hier könnte ich mir also nochmal ein bisschen Munition kaufen, die ich brauche. Okay. Und Anzüge, Rucksäcke. Oh, das ist zu teuer. Ich habe nur 7000 Credits, okay. Aber schöne Sache hier, okay. Da weiß man schon, was man sich kaufen kann dann. Okay. Nice. Echt ein Ladebittsche, das ist so unglaublich. Okay, so. Wo hacke ich jetzt schon wieder fest? Da stirbt jemand. O-M-G, okay. Kein Weg dahin. Ah, du kannst mich mal ganz lieb haben. Ja. Oh. Ah na 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 na. Ah na 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 na. Nicht aufgepasst. Zu lange gelaufen. Wieso gibt es da keinen direkten Weg dahin? Der steht doch vorm Baum. Ich habe alle. Okay, wir warten. Wir warten. Wir warten. Ich drücke einfach mal E. Noch einen Moment. Wir warten. Wir warten. Ah, da 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 da. Ah, da 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 da. Ah, da 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 da. Oh, let's see. This is... Well, it's... Oh, my. Oh, my. This data... Well, it's alarming, to say the least. Okay. Ich mit mir... Well, there's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, I told you so, may even be uttered more than once. Ich finde auch, dass es gut ist, dass seine Sorgen gegründet waren. Yes, it does feel good to be right. Particularly when others have attempted to convince you otherwise. Repeatedly. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low-frequency sound waves. They're nearly imperceptible now. But they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, Consequences for the city could be... Disasterous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Yeah. Uh, 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 uh. Na, ich soll später bei ihm nochmal vorbeischauen. Das ist ja super nett. Das heißt, die Geschichte geht weiter. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, gucken wir nochmal rein. Also, das ist es. Wir gehen nochmal kurz in die Loks. Äh, Zazen Djungi hat was Neues. Jetzt gehen wir wieder bei Sonstiges rein. Ein Baum wächst in Atlantis. Okay. Das ist die erste Fraktion, die wir dann sozusagen in Angriff nehmen können. Und meine Hauptmission läuft immer noch weiter. Das ist echt mal spannend. So, was haben wir jetzt hier? Ja, viele Punkte. Djungi. Begib dich zur Loge. Drei Missionen, die noch offen sind. Na dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Helf von Neuerborn bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao.